Martin oder Hinti? Hinti, weil das leichter zum Aussprechen ist am Platz. Comedy oder Drama? Drama, weil der Bergdoktor kein Comedy ist. Schokolade oder Gummibärchen? Gummibärchen, Schoko ist mehr Frauensache. Rucksack oder Koffer? Ganz klar Rucksack zum Wandern. Snake oder Fifa? Gibt es nur Snake, weil das das erste Spiel war, das ich gespielt habe und es noch immer wahnsinnig Spaß macht. Harry Potter oder Herr der Ringe? Extrem schwer sind beide meine Favoriten, aber Herr der Ringe, weil es mehr Action ist und für Harry Potter denke ich bin jetzt zu alt. Fußball oder Formel 1? Formel 1, weil es mehr zur Sache geht. Tee oder Kaffee? Tee, ich habe noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken. Und werde es denke ich auch in nächster Zeit machen. Rock oder Pop? Ich bin mehr Pop. Österreicher Pop läuft bei mir eigentlich die ganze Zeit auf und ab. Bier oder Wein? Bier. Ich bin da mit zwölf Jahren mit Bier aufgewachsen. Oder war ich 16, weiß ich nicht mehr. Deshalb gibt es nur Bier. Buch oder Hörbuch? Buch. Ich lese gerne, lese viel. Vor allem kurz vor dem Einschlafen, dann schläft man besser. Feiern oder Chillen? Vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt Feiern. Aber ich war gut im Feiern, habe gern und oft gefeiert. Aber jetzt kommt irgendwann der Knackpunkt, wo ich ruhiger geworden bin außer Chillen. Sommer oder Winter? Winter. Obwohl hier in Tirol die Sommeridylle auch richtig cool ist. Aber Winter mit Skifahren und Eishockey, da kommt leider nichts zu. Superman oder Batman? Batman? Warum kann ich jetzt sagen, Superman habe ich glaube ich noch nie gesehen in meinem Leben. Berge oder Meer? Berge? Ganz klar. Aus Österreicher. Früh oder Spätaufsteher? Ich habe so ein Mittelligen. Also ich kann nicht ganz ewig lang schlafen. Aber alles was vor 8 Uhr. Wenn beim Mecker die 7 steht, dann wird es kein guter Tag. Tag oder Nacht? Tag. Mittlerweile habe ich gesehen, dass der Tag auch interessanter ist als die Nacht durchfahren. Kino oder Fernseher? Fernseher? Ich kann nicht so lange gerade sitzen. Kino ist überhaupt nicht meins. Und daheim kannst du ganz gemütlich auch mal ein Bierchen während dem Film holen. Regen oder Schnee? Schnee. Schnee ist wunderschön. Man riecht direkt den Schnee und der Regen ist überhaupt nicht meins. Duschen oder Baden? Duschen. Weil es für mich eigentlich nie etwas anderes gegeben hat. Und deswegen ist die Badewanne zu heiß und zu langweilig. Kochen oder Bestellen? Kochen. Weil das mich sehr interessiert. Auch wenn ich es nicht kann. Aber es gefällt mir. Und bestellen, für das wohne ich in Augsburg zu weit weg. Land oder Stadt? Land. Da bin ich aufgewachsen. Da werde ich wieder zurückkehren. Aber Augsburg gefällt mir auch als Stadt extrem gut. Rücken oder Seitenschläfer? Ich bin extrem Schnarcher. Also Rücken. Schwitzen oder Frieren? Frieren. Weil das heißt, du bist in den Berg und wahrscheinlich beim Skifahren. Letzter Begriff. Jagen oder Fliegen? Fliegen. Weil du kannst vom Fliegen auch jagen. Sehr schön. Danke. Das war's schon. Vielen Dank. Vielen Dank.